Der Stream läuft. Basti? Hallo? Der Stream läuft nicht. Nicht? Doch. Jetzt läuft er. Warte. Warte! Der Stream lag die Servus. Der Stream lag der mal mega hart. Sollte bald wieder gehen, oder? Da ja. Sollte bald wieder gehen. Sollte bald wieder gehen. Das war echt der Ultra-Eck-Play. Aber Bad-Eck-Karan muss zurück. Ich denke, ich werde hier nur Misses reinhauen, keine 100er. Hier war ich noch zu sehr nervös. Hast du ihn am Anfang gemisst? Ja. Und ne 88er ans Sable Raid. Was geht denn bei dir ab? Das ist schon heftig.